Das KWO spielt wieder. Das Kreisgrasorchester Ostergäu möchte euch ganz herzlich einladen zu unseren zwei Ghana-Konzerten. Und zwar am Samstag, den 30. Oktober in Bad Hörshofen und am Sonntag, den 31. Oktober in Kaufbeulen. Wir freuen uns sehr darauf, dass ihr alle zahlreich kommt. Und wir haben nicht nur diesen wunderbaren Titel vorbereitet, sondern ganz, ganz viele Titel im Symphonischen Blasorchester. Bis dahin! Untertitelung des ZDF für funk, 2017